Let's play Battlefield 1 ohne Panzerteile und unsere Panzer nicht weiter verarbeiten die Sicherheit stehen und wir hier den Feindkontakt kommen und drüben wir haben da drüben ist etwas hier ist etwas ok und hier ist er auf ihn hätte ich es eigentlich abgesehen aber irgendwie ich wünsche nicht so richtig aber hier sehe ich jetzt zum ersten Mal was geht da hinter der Mauer spazieren? kacke gar nicht gut das heißt wir schmeißen uns wohl hier auf den Boden das ist das wenn wir da auf 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 ich bin aber hinter diesem Haus dieser Penner das ist das was mir weh tut dass ich den nicht richtig zu Gesicht bekomme das ist mein Köderwerfer das ist das Spiel oder? ja super schon genau ins Holz hier bin ich zwar unter dem Holz aber sehe ich noch immer nicht richtig so hm Plan B wäre gehen wir hoch hier hoch ich würde den nämlich gerne erwischen das von weiter weg also ich würde gerne alle von weiter weg erwischen aber aus dem Grund dass ich dann nicht so schnell in nahe Gefechte kommen wie man vorher gesehen hat denn da bin ich ja eher äh na 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 nicht so toll aufgestellt wir haben ja in der letzten Folge ich glaub einen epischen Tod von mir gesehen ich hau mit einem Hammer auf diesen Typen ein und ja ja verkackt machen wir so verkackt auf ganzer Linie weil dieser Nebel hier ist diese Nebel macht das Spiel gerade etwas schwieriger finde ich ist da keiner mehr aber alle haben die nicht das wär aber gut da hinten steht einer wo? und geht einer haha den könnten wohl doch so ein Teil anischen oder? ja ja so nicht so das heißt wir gehen nochmal wieder da rüber da unten ist keiner mehr da unten geht der spazieren da unten liegen aber so das bedeutet wir holen uns mal den da drüben also in der versuche auf den hin zu kommen krieg ich den von hier der ist der zuwit weg ne der geht eh gut spazieren ne der schlagalarm mein Freund ne der schlagalarm ne der schlagalarm da muss man wieder um hier ist einer oi 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 nicht gut gar nicht gut das hab ich jetzt übersehen das ist geschütz besetzt scheiße oh entschuldigung kacke das ist geschütz ist eine Wäsche der schlagalarm u bummer da oben ist auch so ein tolles geschütz schlagalarm da oben ist auch so ein tolles geschütz ok da oben ist auch so ein tolles geschütz Wann ist das da her? Ich wissen nicht wie viele es sind, das ist gut. Ich bin allein Mensch. Ich bin eine One-Man-Show, okay? Es gibt nur Leine. Der geht da weg, das ist prima. Der geht weg, das ist spitze. Dass der dieses Geschütz verlässt. Das finde ich einmalig klasse. So, tschüss. Ist dieses Geschütz wieder leer? Ist das ein automatisches Geschütz oder was ist das da oben? Wollen wir kurz anschauen gehen. Da hat er da voll eingeschlagener Typ. Da ist einer. Da oben. Ja, das ist der da oben. Der der hoch geht. Ich komme her. Ja. Oh kacke. Wie geht denn das? Ah, der ist da rüber gelaufen. Ha! Der ist da rüber gelaufen, dieser Penner. Uh! Wer ist da rüber gelaufen? Dann schießt er jetzt auf uns. Ha! Hausch! Dann hol Hilfe! Ich will doch meine Zündkerzen für den Panzer. Upsi! So sieht er mich. Ich gehe wieder weg von dort. Der kniet da hinten immer rum. Was war denn das da oben jetzt? Der reingeschützt? Der reingeschützt? Ha! Er geht weg. Sehr gut. Das heißt, er ist unser nächstes Aufwach. Das nächste große Ziel. Und tschüss. Heu! Ich will jetzt nicht gern klar so. Ist ja nicht mehr oder? Bis auf den Typen da unten jetzt. Und wie bereit schafft ich? Da ist doch einer. Knie da. Oh no, wir sind auch in Bereitschaftsgeruch voran, ok? Was treffe ich denn den nicht? Jetzt. Tschüss. Da unten ist ein Spiel, genau. Kenne ich die schon. So. Das heißt, wir gehen mal da rüber. Schauen uns diese Speluke hier an. Nein, Holhilfe. So, da ist einer. Da unten ist ein Kommando Ding, würde ich mal sagen. Da unten geht einer spazieren. Und wo ist noch einer? Es muss doch irgendwo noch einer geben, oder? Komm mal kurz zu. Na, direkt zu unserer Nase. Hat den ja geschmerzt nicht. Direkt tief nicht. So, was bedeutet für uns? Und tschau. Nein, doch nicht. So nicht. Wieso schluckte diese Schüsse? So. So. Das gibt's ja nicht. Das war mal los. Idiot. Das läuft ja weg. Ich bin klar. Wenn's gefährlich wird, läuft er weg. Penner. Penner, Penner, Penner. Gut. Das heißt, der ist erstmal weg. Gelaufen. Nicht getötet. Also wir müssen da mal rein. Ja, sie ist einfach so. Muss da mal her. Die zwei Typen. Da kommen wir nicht so schnell daher. Schöne Zündkörse. Ne, die Zündkörse hier. Zack. Sehr gut. So. Ich bin ein Motor-Teil geschafft. Ich mach mal die Tür zu. Ich mach mal die Tür zu. Hier ist man gerade zu nahe. Ich mach diese Türe zu. Ich mach diese Türe zu. s passt alles glatt gegangen mit dieser Tür wieder hinaus wir haben eine neue Zündkerze was liegt denn hier? so ich kann es von der Infanterie ich geh jetzt mal zu dem, es muss einfach sein, ich muss dorthin ich muss den erwischen ob ich will oder nicht steckt sich der da noch immer ah, das war die coole Waffe alles klar Produkte hier, Produkte da, aha solche Schweine ich hatte die Monster Waffe am Start und dann ballert er auf mich runter so ja ja, das ist es so schnell hier raus da kommt drin keiner mehr, hoffentlich was ist das? wer sieht sich das näher an? ha, Munition, sehr gut Munition, sehr gut au 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 nicht zu klug stehe ich zu ich brauch da nur noch so noch zwei Zündkerzen, oder? da hinten kommt einer, okay äh äh was könnte ich damit in der Falle sitzen? die Taktik hat etwas unklug gewählt, diese Position so weiter rein ich will hier auch hinsehen können, was da los ist der Typ ist weg so da hinten stehen noch zwei Feinde vom Fritzi das bedeutet, wir gehen da hoch jetzt komme was wolle nebst du noch? nebst du nicht? ne gut und ich dir auch raten so jetzt gehen wir mal da rüber denn da drüben wäre so eine Kommandozentrale die wäre doch nicht schlecht wenn die weg wäre überhaupt nicht mal so wir haben uns klein und noch kleiner das sehe ich beide nicht, das ist schlecht sie schützen, Flammenwerfen, okay wir gehen mal da rüber Flammenwerfen, doch eh schon was eingesteckt von uns äh siehst du mit dir du Flammenwerfen? stirb jawohl das ist mal ein Ende einer Folge würde ich sagen das ist ein Ende einer Folge jawohl so gehört das nicht anders damit bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zusehen ich wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß und alles Gute Ciao